Willkommen zurück zu einer Warnrunde Overwatch Heute gibt es eine Runde mit Erich zusammen auf Gibraltar Und Verspiel mich denn Ich bin mal überlegen Ach du Scheiße Kannst du was anderes picken? Genji? Ich kann, ja Das wäre toll Ich glaube er ist nicht so groß in der Defensive Bitte Bitte Oli Bitte Oli So Erich, ich bin Private Healer Geil Nein, Triple Tank Nein, nein, nein Nein, nein Keine Ahnung, was die da waren Nein, nein, nein Toadine ist auf jeden Fall Du bist äh Du bist jung Toadine, oder? Ich glaube es ist ein Grill Geil Er klingt sehr jung Geil 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 aus Geil Geil Seine Grill Seine Grill Eherich, hinter mir ist einer. Reaper, 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 Reaper. Down! Genji! Eherichson, wo bist du? Unten. Hab dich, Eherich, hab dich, hab dich, hab dich, hab dich. Geil, geil, geil. Geil. Shit is down. Hab dich, Eherich. Geil, geil, geil. Weißt du, auf mich kannst du nicht verlassen. Das ist gut. Oh, danke. Danke. Lol, das war close. Ich liebe das, ein bisschen rumzertrollen mit den Leuten. Ja, wirklich. Ja, sie werden direkt in den Button, Leute. Danke. Geil, dass du einfach nur stehen bleibst, ey. Geil. Sorry, Dad. Outing von behindern. Mir stirbt keiner weg. Boah, Junge, Alter, der hat grad Ulti von Anna bekommen und meinen Strahl noch. Ging, Alter, der wird rein gehadelt. Reingeholt? 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 Eherich, die sind ja der größte Lappen. Ich werde mich mentally verhäern. Er hat nicht Spam. Verdammt! Oh my god, they're all on top. Ich fühl's den Küppel gesplasht. Erichson? Reinhard ist tot. Easy, outplayed. Hab dich. Geil. 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 Einfach nur reingehalten. Also ich hab nicht mal Schaden bekommen. Also ich hab schon Schaden bekommen aber ich bin halt nicht mal gestorben. Easy game boys. Ja Miki. Ja. Freu dich nicht zu früh Erich. Geil. Ich mag grad charge. Boah, ich dachte gerade Reinhardt kommt auch noch hin. Oh mein Gott! Behind meeeeeee! Der Reaper, der kleine Ficker, er hat es nur auf mich abgesehen. Jajajajaja Wir haben es bald geschafft! Tracer kommt! Tracer down! Ich hole dich rein! Diva! Ah ja! Nein, ich will retzen! RATS! Good job guys! So good! BASTIAN! Ja boi! Orisa! BASTIAN! Mercy! Reinhardt! PAYLOAD BASTIAN? BASTIAN! Ja! Ja! Jaaaaah! 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 Could you go to Lucio, let me just speed boost out of the door, straight to point, shield up gun blazing, JTB. Jaaaah! Ja, ich kann. Kannst du mir die Nummer von deinem Mädchen holen holen? Wow, du hast mich verletzt. Sein Name ist Perak. Ja. Also, wir wissen nicht. Das sind wirklich protektive Ferentz. Wir haben keine Chance. Der Internet Troll. Wer ist ein Internet Troll? Keine Ahnung. Nein, du nur nicht. Niemals. Niemals. Ich finde das einfach so lustig, wenn irgendwie Grills und Games spielen, die dann einfach so richtig anzulabern immer. Vor allem in Overwatch geht das halt viel besser als in Leuten, weil du die auch noch mit Sprach-Chat talken kannst. Das ist richtig nice, ey. Das erwerbt mein Nerd-Herz. Ja. Lucio, ich bin ein guter Lucio. Die haben die Aure jetzt geändert, ne? Zieht euch diesen Beat rein! Geil! Die Waffe von Lucio macht auch mehr Damage jetzt, ne? Ich denke, sie sind alle auf dem Kopf, also wir sollten einfach auf den Punkt kommen. Speed Burst! Hallo! Angriff beginnt! Wir haben eine Orisa! Wir haben auch ein Bestchen. Unfair, die haben besten Orisa. Ich schiebe sie einfach nicht weiter. Gott. Ey Leute, Bestchen! Ich gehe jetzt weiter. Wuh! 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 Wenn sie din- Wuh! 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 Alter Erich, wir müssen uns jetzt anstrengen Orisa ist down Reinhard ist down Nice, nice, nice Farah ist gerade da Oh, nice Was? Oh mein Gott, haben wir es gewonnen? Ja Easy Game Was hat mit deinem Freund passiert? Ich weiß nicht Der ist gerade die Telefonnummer suchen gegangen Das wird eine lustige Geschichte sein Wir haben einfach 5 gegen 6 gewonnen Der Erich hat einfach Klasse Plays gemacht 5 Leute Highlights des Matches Yay Oh Der tickbast schon Well played, Alter LOL Der Emote GG, Guys Das war gut GG Ich selber abvoten Aufheil, Guys Mal sehen wie viele Punkte wir kriegen er ist Ich müsste jetzt wieder an meiner Season Best Leistung sein Ne, ich noch lange nicht Oh, ich bin eben der 100 Das heißt ich bin bald wieder komplett von vorne Ah Ah Ist auch Level 200 Ich bin jetzt 2000 Hä, ich hab kaum Punkte bekommen dafür Hä, ich hab 10 Punkte bekommen Hä? Ne, ich hab 30 Was zum Teufel Okay, gut Leute Dann würde ich sagen was wir für heute Äh, wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin Haut rein Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal